Schönen Tag Leute! Hallo! So, wir zocken heute Kölfteam und noch von drei, ne? Und wir fangen einfach mal mit einer Mission an. Ich hab jetzt keine müssen jetzt Kampagne durchzocken. Ja, nehmen wir einfach mal die hier, ne? Und dann, lass mal knacken. Wo zocken wir denn mal? Veteraner hat ich jetzt. Regular fangen wir mal an. Ja, in der Aufnahme regular, aber ganz immer Veteraner. Ja, 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 ja. Ja, wir müssen ja nicht so Profi hervorkommen, ne? Das sind wir nicht. Ja. Du solltest auch ein bisschen gesteckter zocken. Sonst ist das ja langweilig, dass die alle so Költe sind, ne? Ich das schon wieder, ne? Ja. Mann, Mann, Mann. Ja, wir machen halt auf jeden Fall, ne? Ja. Machen wir mal. Dann geht's ja los. Ja, das wird ja nicht warten, ne? Das ist geschult. Ja, ich... Ich hab das ja nicht. Ich hab das ja überhaupt nicht auch. Ja. Ich bin eh. Ja, 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 ja. Was währenddessen auch noch nebenbei läuft. Ja, genau. Auf jeden Fall. So, da geht's los. Ja, ja... Ja, 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 ja. Wow! Hast du hier die neue... Hier... Lifestyle? Ich bin gerade ein bisschen bei den News am gucken, und unter Lifestyle besteht Monstercubus entdeckt. Wow. Das gleiche Alex bringt eine Reihe, die Töme auf die Bade. Boah. Krass Sache. So, bei mir geht's gleich los, glaub ich. Wenn er mal wieder ein bisschen mehr machen würde. Ah ja, da kommt's ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Willst du den André Akarov? Glaub ich? Ja, André Akarov. Guck mal jetzt mal hin. Guck mal auf dich da. Was ist denn, was du machen musst? Jett, ich muss gleich den Keller hin. Oh, die Raffi, ey. Heute erst mal hat er den Mikabel gezogen. Heute erst mal hat er den Mikabel gezogen, ey. Erst mal richtig. Ich... Ich war natürlich alle dabei. Jeder war dabei. Aha. Guck mal, kennst alle, ne? Ja, ich kennst alle. Nein, mal die Linie, die Linie. Wer denn? Wer denn? Wer denn? Joach! Das ist zu gut. Du Schwager, das ist die Junge. Alle dabei. Yo, what's up, niggas? Also, wenn du die nicht kennst, Leute. Google mal. Google mal. Kennst du die Google? Google. Aha. Guck mal in den Katalog im Club, ne? Geil. Das ist einer der Playbill Makov. Na, wozu? Na, wozu? Wer ist Präsident? Wo, wo Rachevsky? Sag mir mal, von der hat der Präsident ist. Was? Wie viel rum? Warum wäre ich doch noch das Play? Wäre jetzt schon... Hier ist es mir gelüblich, ne? Haha. Alles klar. Alles klar. Wir fangen auf die Rechnung an. Ja. Jo, jo, jo! Wir haben eine Pistel, wir haben eine Pistel. Natürlich. 60 Schuss. Woah. Werden die hier voll angehören, ey. Ich glaube, es ist eine Pistel. 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 Oh, er kommt leider. Ja, der ist mal schwer. Boah! Ja. Pass auf, er ist jetzt nicht nachgeladen. BAM! Das sah aber schlecht aus. Das sag ich dir. Hat der erstmal noch nie ersch... Ja, auf jeden Fall. Der ist von der Hacker. Joooo. Dill. Ich finde, dass das Ziel ist, bei dem man so... Ja. Bei anderen sind die auch schwule. Dill. 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 Jo, Jungs. Nigga! Ja, echt kalt. Boah, das ging glatter. WUH! Der Pilot hat sich nicht unter Kontrolle. Ja, ich bin noch gar nicht compile. Zurück, dass es der andere macht. Tzzzzzzzzzzzzzt... Wir haben ins Ziel, das andere. Zwei gar nicht. Gibt's da gar nicht. Wir wollen doch nicht auf Feuer machen. Nimm die, die und der Lugger weg. Die. Schießt mal. Das Ziel. Das ist der Lugger weg. Das ist der Lugger weg. Das ist der Lugger weg. Da muss ich ihn einfach gar nicht so unterstehen. Der kann man nicht unterstehen. Ja. Oder der Weg ist es in so einem Kreuz drin. Ach so. Aber es ist kein Vorteil. Aber es ist kein Vorteil. Keine Ahnung. Wir können nicht besser zocken. Jetzt ist es wohl so. Hauptsache, du kannst ihn nicht mehr. Ja. Hauptsache, ich weiß nicht, wie du bist. Ja, das ist natürlich schon wieder alles an dem Kreuz. Erstmal hat er dich da geschossen. Ja, erst mal mit Brüder seid geschossen. Ja, du wirst jetzt schon mal an. Weck dir. Ja, du wirst. Haben wir doch nicht mehr. Ah, leck mich. Genau, habe ich noch bei Battlefield. Wir machen hier bei Call of Duty ganz viel Battlefield. Ich glaube es nicht. Ist das noch alles. Ist das schon mal. Boah. Wir sollen ja nicht so wieder auf die Rückmeldung. Ich hab ein Gebräischer. Ich hab ein Gebräischer. Unberechtigt, also was. Unberechtigt. Loord. Junge. Kann ich, äh, mit der Ahnung, wo ich will, oder so sein? Also, wir alle das Gelände haben, und wir alle da haben, wo man eben ist. Ich will, dass wir alle da sind. Ich will, dass wir alle da sind. Ach, das ist auch da. Das ist schwer. Oh, nein. Ich will, dass wir alle da sind. Oh, die, Alter. Oh, die, Alter. Oh, ich bin außen an, Alter. Was, die kann ich nicht? Oh. Hast du die Schrauben wieder hinter dir gelegt? Hehehe. Eiii. Guck mal, da steht. Oh, 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 oh. Boah, da war's aus. Hast du gesehen, wie man da geflogen ist? Ja, kratze Sache. Krass, krass, Junge. Oh, äh, äh. Oh, äh, äh. Jetzt hab ich mal was gemacht. Das ist mal wieder mal. Äh, los, los, los. cientist. Ich hab nicht festgelegt. Was? Ich hab auch noch nie gesehen. Das sind die Bälle. Ich hab auch noch innen mehr Geld ausgerufen. Aber ich hab auch mit dem An-A-A-A-L-L-K-A-L-K-A-L-K-A-L-K-A-L-K-A-L-K-A-L-K-A-L-K-A-L-K. Abschütteln, ey. So bleibt es einfach zu krachen. Abschütteln, ey. Wir kriegen jetzt ja die Waffe. Aua, Alter, wir kriegen eine Waffe. Chill, ey, jetzt kann ich mich einfach voll abgehen. Jo. Ist jetzt so ein bisschen rum, oder? Du bist so... Wir waren ein bisschen gittig, ja. Wir sollen ungefähr so die Länge des Videos einschießen. Stunnen wir noch ein Chance. Alles klar. Papa, wir treffen uns. Nee, wir sind schon... Tot. Doch, Jürgen, war nicht. Eigentlich. Ja, war das tot, ey. War dann ganz tot. Warte mal. Okay. Warte, ey. Warte, ey. Warte, ey. Warte, ey. Warte, ey... Warte, ey. Warte, ey. Warte, ey, warte, ey, warte, ey... ...dick! Naja, da hast du noch gespielt. Warte, ey, warte, ey... Mann, du hast da zu mir vor dem- Als... Follow! Du wirst nicht folgen. Ja, der hat doch wenig. Der kommt hier unten von... Ja. So. Und dann... Ähm... Gefallen Ja so 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 Wir gehen nicht gleich So Wir gehen nicht gleich Sie müssen noch 10 Euro oder so Was halt nicht? Der ist das Schuss jetzt Dreh ich da noch mal Dreh ich da noch mal Dreh ich da noch mal Das ist Das ist die Züge Schütze Oh So Wenn du den Lektare zeigst, wird das Video gespär Was? Wenn du den Lektare zeigst, wird das Video gespär Ohhhh Neeee Die machst du doch mal da jetzt durch Jetzt richtet ihr Sons auch mal auf jeden Fall Okay Okay, mach ich mir gut. Und so. Vielleicht ist das Problem, wenn du nur in die Hände wachst. Ja, ne. Ach, ich bin schön im Watt. Ich hab das zwei. Vorbei, ich kriege es da rum. 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 Aber wenn wir gleich hier unsere Kollegen kommen. Die die eben weggefallen sind. Dann werden wir die auch in die E. Gibt es jetzt keine gute Rechnung. Oder die sind die nächste Analyse. Aber das ist halt auch noch schön. Und das ist mal hier. Fass die Geschäfte. Da sind die auch... Oder wie ist das Intro? Und wie ist das denn zum Schluss kommt? Ja. So wie bei... Die die Türen in der Folge haben wir auch zum Schluss zum Video. Ah ja, soja... Ja. Ja, und ich hätte nicht, also entweder vor dem Geassel entrohen, aber dann kann er noch gar nichts heißen. Ja, alles klar. Und der wird so ein Passivor noch mal erstellen. Der Karte ist echt schön. Der hat echt gut gemacht, sowas. Was kommen wir noch? Ja, wir kommen schon. Was ist die Böse? Ich glaube, es ist wieder da. Barrow. Barrow ist tot. Ist der vorbei? Geschafft? Ja, geschafft ist sie, aber der Kerl ist ein Böser sozusagen. Was ist das? Ja, macht gleich aus seines NFC-Sens und so. Seines Kompetenzanalytik runtergestürzt. Bevor dann eigentlich jetzt jemanden ins Wort fällt. Alles Gute Leute. Wenn Sie sich sofort rein, bis zum nächsten Video. Alles Gute, kommentieren. Weiter empfehlen wir euren Daumen hoch. Folgt uns auf Facebook. Wir haben noch keine Facebooks. Egal, die E-Shot kommt alles in die Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.